Ui, das kam unerwartet. Oh, das ist nett, da muss ich mich nicht hochbauen. Schön, steh auf. Oh. Oh. Männischen Skinnies. Wo war denn der Dungeon? Wo war denn der? Da, oder? Ich glaub schon. Oh. Jagt mir nicht so ne Angst ein, ey. Und jetzt hab ich auch keine Angst vor Monster. Jetzt soll ein Monster kommen, ich bin schnell. Wie der Wind. Im Dungeon. Außer jetzt, hier kommt einer. Oh, wieso Dungeon? Dungeon ist hässlich. Und da kommt immer das böse Viech. Gezeugt, Gebrusel und Schmusel. Mann. Oh mein Gott. Es lag wie die Sau. Und langsam geht's wieder. Alles klar, bin auf meinem Weg. Ich geb mein Bestes. Ich werde gerne weg. Oh, tausend. Oh, ne, 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 ne. Ich kann mich nicht bewegen. Ja? Okay. Okay. Also wenn du dich teleportierst, machst du coole Geräusche. Als würde irgendwas explodieren. Cool. Hallo? Ich frag mich immer noch, wem dieses verdammte Schloss gehört. Weil es sieht echt... Weil es sieht echt... Seht ihr das da? Weil es ist echt verdammt nochmal freaky. The wall is dirty. Maybe I could break it. But how? I need some tools to break it. Tools. Sind Boxen. Okay, dann eben nicht. Alter, ich sehe hier überall komische Bugs. Egal. Also hier noch nicht lang. Gehen wir hier lang. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Dieses Bild ist so overused. Bitte. Du hast es schon hundertmal benutzt. Hier ist also der Opferaltar hier. Was ist das? Victim-Mind-Opfer. Äh. Irgendwas. Ihr könnt das selber... Ich bin jetzt gerade nicht so wesentlich. Ich will das jetzt... Ganz ehrlich ein bisschen jetzt zu Ende bringen. Ich spiele jetzt schon Ewigkeiten dran, weil ich so ewig lang gebraucht habe, diesen Hebel zu finden. Und das... Senkt so ein bisschen, dass ich die los... Stück einer Kugel. Okay, also ist das jetzt wieder so eine... Wie in der Hauptstory, so ein... Schmarrn. Bin noch nicht fertig. Ah. Chipper. Ein Chipper. Bauen wir jetzt nur noch den Hammer. Hier ist es der Hammer. Oh, nee. Hallo? Okay. Ähm. Oh, der Ort ist hier... Zu groß. Viel zu groß. Also hat es irgendwie wieder was zu tun mit einer Kugel, die ich für vollständigen muss. Verdammt noch mal, platziert auch ein bisschen mehr Öl, bitte. Au. Da würde ich nicht drin landen. Habe ich alle? Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Alles klar. Dann brauche ich also erstmal andere Stücke. Okay, dann suchen wir die Teile. Yay. Hallo? I need something to get that hammer. Ähm. Chipper? Nein. Was braucht... Ähm. Wahrscheinlich irgendwas Längliches, um den Hammer zu bekommen. Oh, ich habe kein Öl. Kines. Geht doch mal gar nicht hier. Ähm. Buch? Kann ich den Hammer vielleicht so runterhauen? Hm, hm, hm. What shit? Verdammt. Ähm. Ich mache das als intelligent. Ich nehme das unterste Buch. Oh, scheiße. Ich wollte alle mittragen. Okay. Warte, warte, warte. Pass auf. Rauszoomen. War das in T... Oh shit. Ich glaube, das war schlecht. Ups. 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 Ich glaube, ich habe es verkackt. Oder komme ich da nochmal hin? Oh. Oh. Ich hoffe, ihr macht... Oh. Spawnt da jemand? Nein. noch Öl, bitte. Wieso? Jetzt kann doch einfach Öl sein. Und du... Mal... Lässt es immer, was du gerade hier machst. Mach einmal weiter. Oh mein Gott. Wieso Zunderbüchsen? Ah. Prison Secrets. Was? Illuminate. Ist doch erleuchten, oder? Was ist da? Was machst du im Scheiß einmal? Ich muss dann irgendetwas... Ah. Ich glaube, ich verstehe schon. Deswegen die Zunderbüchsen. Und da hinten ist auch noch einer. Lass mich raten. Was passiert jetzt? Bitte bring mich nicht um. Darf ich gehen? Ach, ist aber nett. Ähm... Da lang. Open only mech... Ah, okay. Puh. Okay. Jetzt habe ich Seil. Oh fuck. Ich will es nicht verkackt haben. Ich hätte das Buch nicht benutzen sollen. Oh, Mensch. Oh fuck. Kann ich das irgendwie trotzdem einfach so anwenden? Ah! Ah, nein, 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 nein. Ah. Klingelingeling. Okay. Jetzt gehen wir zurück zu dieser Mauer, würde ich sagen. Oder? Aber hier geht es eigentlich noch weiter. Ah, nee. Ah, okay. Hier war der Grund. Grundzieher. Wo war denn das? War das hier? Äh, lass mich kurz überlegen. Hm. Ah, okay. Ich weiß, wo ist was. Das war ziemlich am Anfang. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Warte mal. War hier nicht eine Tür? Oder sowas? Ah, ja. Äh, ich doof hier. Okay. Hm. Hier lang. Oh, Mauer. Ich komm dich, um dich zu holen. Bitte. Funktioniere. Und du sollst zerstört werden. Oh, wie knuffig. Ach, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Öl. Ich seh's. Dankeschön. Oh, Öl. Oh, hier ist viel Zeug. Hier ist... Aber kein Öl. Ich will mehr Öl. Oh, ich hasse diese Eisenbahn. Nichts gut. Huh. Okay. Habe ich alle? Ich hoffe, ich habe alle. Und das Problem an diesem Raum ist jetzt, dass ich gleich verfolgt werde, oder? Das ist so ein typischer, hey, das ist viel zu lang, um dich einfach gehen zu lassen. Oder sowas. Nein. Werde ich eigentlich ruhiger? Ich merke das gar nicht. Ich... Ja, ich bin doch jetzt schon ein wenig angespannt. Wo war denn jetzt nochmal der Raum mit der Kugel? Keine Ahnung. Gehen wir mal den Weg, den wir die ganze Zeit gehen. Finden wir schon. Irgendwie finden wir es schon. Werden wir es schon finden. Ähm... Ähm... Neu. Hier. Ja. Perfekt. Und ich hoffe, ich habe es dann. Ich... Ich... Ja, Gott. Ich spiele viel zu lange. Mensch, ich kenne das. Oh, bitte war es das. Nicht, also nicht, weil... Nicht, weil ich... Das... Nee. Ach, komm. Nicht, weil es unbedingt schlecht ist, sondern... Ah. Weil ich einfach zu lange das nicht spielen kann, so dass wir... Kacke ich es irgendwie mit dem... Ah, ich kann einfach nicht mal gescheit kommentieren. Ich bin dann irgendwie so ein bisschen... Brain-Effekt. Kann man so sagen. Also die Kugel, höchstwahrscheinlich, aktiviert sie den Mechanismus. Hm. Irgendwie ist jetzt gerade gar keine Musik. Hier irgendwas. Wo ist denn das letzte Stück jetzt? Also ich hoffe, es ist das letzte. Hm. Hm. Hallo? Hallo? Dreh am Rad. Oder auch nicht. Hm. Hier ist kein Stück. Schön, wie viel Öl haben wir noch ein bisschen haben wir. Ich werde jetzt die Laterne einfach immer dafür benutzen, um dunkle Ortsche auszuleuchten. Ähm. Nee, es muss aber... Irgendwo da hinten muss es sein, weil... Hinten habe ich ein Stück schon. Ich glaube nicht, dass da zwei sind. Ansonsten schauen wir dann später nochmal, wenn ich jetzt hier nichts finde. Aber hier... ist nichts. Da war auch ein Stück von der Kugel. Okay. Hier war aber kein Stück, oder? Von der Kugel. Täusche ich mich? Ähm. Hallöchen. Glas Öl. Kann ich... Mann. Für was brauche ich Öl? Für dich? Ich kann mir irgendwo denken, dass hier irgendwo ein Hebel ist, der ist irgendwie eingerostet und ich muss ihn ölen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber wo? Hm. Probier mal, ob man das Öl irgendwie auf der Kugel da anwenden können. Also auf der unfertigen Kugel. Oder irgendwie so. Oder vielleicht ist hier ein Hebel oder so. Hallöchen! Na, wer bist du denn? Schön, dass es dich auch noch gibt. Tür. Meine Fresse. Ah, Öl. Ihr seid zu... Gütig. Wirst du. Macher. Humiliation. Heißt du. Oh, okay. Der war nicht... Der war nicht schlecht. Oh. Oh. Das Messer passt nicht, ganz ehrlich. Oh, bitte nicht nochmal. Oh, fuck. Oh, mein... Oh, Gott. Mein Herz. Don't can open it at all. Oh, Gott. Jetzt... Brr, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Aber den Joker... Ah, der... Ah, ah. Jetzt hat er schon Hammer. Pff. Was ist das denn? Okay. Ähm. Ah, nee. Zum Tools. Hat er kein Break, das Lock. Nice. Ähm. So, aber... Viel öfter kannst du den Typen nicht mehr bringen, weil langsam... kenne ich ihn. Hi. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Oh. Oh. Oh, nein. Da passiert wieder was. Hundertprozentig. Jetzt... Oh. Langsam beruhige ich mich wieder. Puh. Ja. Ich denke es mir schon. Lass mich raten. Festgerostet oder so. Stuck. I'm a go. Hey, the gate opened up. This probably is a somewhat... Uh, 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 okay. Ähm. Hier noch irgendwas? Ähm. Falt rum. Ach, ihr Lapp. Woah. Woah. Magical Tenderbox. Yum, yum, yum. So, Kumpels. Ich nehm's mir mal. Okay. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Nein. Ciao. Okay, hier war nichts. Doch, hier war... Ähm. Och, Öl. I hate you. Komm, noch einmal. Damit's jeder mal drin hat. Ich geh erst mal drin. Ähm. 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 Bin ich richtig? Ja. Okay. Ich glaub, ich hab noch nicht alle Stücke. Nein. Okay. Dann eben nicht. Dann geh ich jetzt hinter zu diesem... Oh, fuck, Leute. Langsam zieht's schon knapp. Obwohl jetzt eigentlich... Aber ich muss sagen, dieses... Selbstgemachte Monster-Fieh. Da, da, da. Gute Idee. Gute Idee. Ähm. Bloß ein bisschen zu oft bin... Was? Okay. Ich hätt' gedacht, das ist jetzt offen. Ich lauf' jetzt einfach blind... ...zur Tür. Oder? Blind. Oh Gott. Ich brauch' ne Pause. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Prayer room. I need a tool so I can break these boards. Nein. Was ist hier? Dest... Destiny room. Okay, das hört sich... ...spannend an. Nee. M-m. Nein. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, komm. Komm. Ähm. Äh. Äh. Was? Ah, das gehört... Oh, okay. Dann sollte ich vielleicht irgendwas machen. Bin ich jetzt wieder? Äh. Ach so. Äh. Try and Error, oder? Choice room key. Ey. Äh. Beim zweiten Versuch. Ah. 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 Was? Was? Ah, dann ist noch ne Tür. Mr. Monster. Mr. Monster. Geh deines Weges. Ich geh meinen Weg. Du gehst deinen Weg. Ist ja grad einfach verschwunden. Ist ja grad ein... So langweilig. Wollte mich jetzt... Sauber vorbeischleichen. Wow. So viel des Guten. Brechstange. Zeig mir bitte nicht... Ah, nee. Wahrscheinlich Destiny Room. Nee. Hä? Das würde aber eben keinen Sinn machen. Nein. Aber ne Crowbar dafür, das ist doch ein bisschen... Weit her... Ja. Ist das jetzt ein Grabstein-Labyrinth? Cool. Okay, und jetzt? Ein Stück einer Kugel. Hi, Bros. Oh. Hier ist irgendwo ein Monster. Mal los. Hi. Irgendwie... Ich weiß nicht. Solche plötzlich Umdreh- und Statuen hinter einem Erscheinungsdinger, die sind... Die zieht bei mir nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hab ich einfach schon zu viel Amnesia-Video... Oh, Origami-Häschen. Jetzt bleibt... Den. Dann bleibt... Lügen. Äh... Last Days of Surviving. Blablabla. Was. Er hat... Der hat... Ach, das ist sein... Sohn. Warte mal William's Son Wilson Das ist der Sohn von dem Diener Ach, lass mich raten Das ist so overused Ein bisschen, ja Und hier? Wow Hard choice Du bist hier angekommen Gut Jetzt hast du zwei Optionen Deine Zukunft zu entscheiden Das Opfer Rotes Blut Opfer dich selber Gib dich selbst Du stirbst dem Dämon auf Und du stirbst Und William wird gerettet werden Und spendet Ah ja, okay Also haben wir jetzt zwei Möglichkeiten Entweder wir bringen uns um Um William zu retten Oder uns Und William zu töten Your worst nightmare Traitor Okay, und das ist Ich bin Ich bin ehrlich gesagt Selber so jemand Der immer Das bessere Leben Für den anderen wünscht Also William William Halt mein Schloss sauber Wisch das Blut weg Und bitte Entferne das Gebäude Verkauf es Verkauf es Okay Okay Ah, ciao Ah, jetzt sterbe ich Was hat das jetzt mit der Kugel auf sich? Ich verstehe den Kugelwitz nicht Okay, das war Awakening to Shattered Life Produced by Humiliation Schön Es war Sie war schön Einige Stellen waren wirklich so Also so Puzzle Wo man wirklich sagt Hey Such Das in der verdammt nochmal In der Ecke versteckte Hebelchen Und du kommst weiter Wo man halt einfach so lange sucht Und Ja Ein paar Dinge könnte man verbessern Aber An sich Nicht schlecht Story Okay Die war ein bisschen Ja Story mäßig Ist es In der Es ist sowieso Ein bisschen schwer In Amneser Was gut zusammenzusetzen Also Aber Mir hat es gefallen Ich habe zwar ein bisschen Zu lang dran gespielt Ich hätte wahrscheinlich Eine Pause machen müssen Dann hätte ich den Rest Doch wieder besser machen können Aber Was soll's Hat Spaß gemacht Wird jetzt viel Schneiderarbeit Die ganze Halbe Stunde Oder wo ich den Hebel suche Mit rausgeschnitten Passiert nichts Und ich würde sagen Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dennne